Weiß nicht, was die Einschlungen sind, aber wer haben wir raus? Bart guckt richtig böse. Warum bist du schwarz und guckst so böse? Weil ich auszusehen alle Cookies akzeptiert hab. Es ist so Moin Punkt Punkt. Ich stelle mir Bart vor, wenn er seinen Moin Punkt Punkt macht. Seid ihr alle bereit? Seid ihr so reingeskribbelt, Alter? Ich bin so bereit. Skribbelung. Bart wählt ein Wort. Oh, let's go. Oh man, it's up. Hä? Hä? Der Fisch war richtig unnötig. Ist er auch. Wie groß. Seetang, Leute. Seetang, Alter, Seetang. Seetang. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie man das malt. Bitte keinen Hass. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das aussieht, leider. Ah, ah, ah. Was ist das? Was ist das? Was soll das für eine Scheiße sein? Ich versteh's nicht. Biber Damm. Bärenfalle. Bärenfalle. Ach so. Oh, no. Ich dachte, das wär ein Baum. Scheiße. Ich dachte, das wär eine Katze, die irgendwie auf einem Ball rumspielt. Naja, guck mal den Scheiße. Was ist das denn? Anton. Klaus. Hä? Wo macht der Hut auf? Party. Ach, ich miss. Ach, Mann. Ha! Erster Loser. Gondalf gegen den Balrog. Bist so Chubby. Oh, scheiß. War fast schon wieder. Okay. Ähm. Ah! Das ist ein Bobbycar. Nee, wenn das kein Bobbycar ist, dann fress ich einen Besen. Ha, ha, ha. Ferrari. Oh mein Gott. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt hier, dieses Kirby-Ding. Das ist super schön gezeichnet, aber. Okay, ciao. Okay, ciao. Techniklars, du musst dir mehr Mühe geben. Komm, Tuni, komm's drauf. Ich glaub, das sieht aus wie ein Bobbycar mit Strom. Ich fühl das. Ich fühl das so sehr. Mit Tesla, Alter. Ich hab's rot gemacht, weil die ja immer, also die standardmäßig immer rot sind, oder nicht? Nee, die sind aber weiß und schwarz. Ich hab diesen roten Tesla gesehen. The Shining. Nee, das zählt nicht. Ohne den. Ha, ha. So ist mir egal. Ha, ha. Gesundheit. Gesundheit. Rüstet. Rüstet. Lumi. Äh. 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 Es ist dieses Bild, was eigentlich im Grund wird, wenn's fertig gesagt ist. Unmöglich. Unmöglich. Let's go. Äh. Was? Ja, mein Koffer. Mann, keine Ahnung. Jetzt hab ich's. Oh, klar noch. Ach, Mann. Ja. Ach, tut mir so leid. Du das direkt hattest, Lumi, das ist ja illegal. Oh, übel. Ja, komm. Ha, Bart. Tipp schneller. Ja. True. Ähm, okay. Also das wird interessant. Wander in the water? Hä? 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 Mhm. Äh. Ach, Junge, das sieht aus wie Chemieunterricht, Alter. Ach so. Ach, Mann, Linda. Oh, Junge, eins zu eins Chemieunterricht, Alter. Hä? Ich fand, das hab ich gut gemacht. Ja, hab ich's gut gemacht. Hm. Hm. Äh. Äh. Was könnte das sein? Ich erklär's euch nochmal genau. Ist mich sehend. Hä? Hm? Muss man seinen Kopf um mich drehen, damit's Sinn macht? Nee. Hä? Hä? Was zum Fickbart? Was zum... Klabautermann ist das? Was zum Klabautermann? Puta! Puta! Was zum Fick zeichnest du gerade? Äh. Mann. Was ist das? Ich versteh's überhaupt nicht. Eine Erbse und ein Stock überhaupt nicht. Eine Erbsenstock? Nein, das ist Bohnerstange. Erbsenstock? Warum Erbsen? Na, weil du Erbsen gezeichnet hast. Das ist ja keine Bohne, was du gemalt hast. Ja, du hast Erbsen gezeichnet und nicht Bohnen. Aber wie soll ich euch denn eine Bohne malen, bitte? Na, Bohne sind die Erbsen aber halt flach ohne Punkte, also ohne Bälle da drin. Ja, aber ich kann jetzt nicht das Bonjera Emote malen so und dann... Du hast ein Bild von mir und dann wisst ihr, dass es das ist. Ah. Okay, warte. Eben. Hörnchen. Nein! Juga, wer redet das immer so schnell? Hä? Ha-ha! Hä? Hä? Er sagt das wieder, diese Penismütze. Ah! Hä, was soll das sein? Ich wollte ein bisschen Bier haben, naja. Okay, ich weiß nicht, warum ich das genommen habe gerade. Das wird Krise. Was wird das? Ja, es ist schwierig. Aha. Oh Mann. Oh mein Gott, nein! Oh mein... Nein! Es ist schwierig zu zeichnen. Nein! 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 Was ist dieses blau? Jasera Augen! Undin! Edin ist close! Ich habe ihn auch nur an den Laseraugen herkann. Ah! Weiß er nicht, weil da Laseraugen hat. Hat der Laseraugen? bestimmt also man kann man wirklich auch nicht verwechseln ja die haben noch nie in porsche gesehen die sind nicht in der gruppe ja 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 doch schon gut ich mache zwei finger immer okay ja eigentlich schon wie langsam krise mal so er gibt sich mühe ja muss ja auch mal sein ich bin so slow fleischkeule für jorge ich bin misser schnelltippen ja das war wenn man da einmal über das falsche nachdenken ist vorbei glaube ich ich nehme immer schwere wörter ich nehme nie die leichtesten und 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 ja ok das kreise ich den text ein bisschen größer man ich habe es erst falsch geschrieben ihr seid alle so ich habe zuerst alle so falsch schreiben zigarette dich jetzt auch nicht mehr ich habe zigarette geschrieben das ist eine große pommes was könnte das sein das ist ein kleinkind oder ein starkes kleinkind auch bei mir aber ist es denn und das ist voll schlecht ist das wieder sowas modernes was ich nicht kenne was ist das bruder das hilft nichts was sei mit ihr da es ist so gut gezeichnet man es wird immer wilder Ja, aber wie kommt da niemand drauf? Junge, Leute, kommt mich nicht schwach. Fallout! Ach, Krise. Ich hab sogar drüber nachgedacht, aber ich hab über Pip-Boy nachgedacht. Pip-Boy und nicht Fallout. Dieser Blitz ist das Symbol für Radioaktivität. Ja. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass das Wort überhaupt drin ist. Hast du die Sensibilität auf ein Minus 10 bei deiner Maus, oder was? Oh, der geht für so einen... Oder auch nicht? Okay. Hä? Hä? Was? Yes, yes. Oh. Vögeln, ah. Ich hab's nur rausgekriegt, weil Philipp Löffeln geschrieben hat. Ja, ich hab gewonnen. Ja, gönn ich mir auch. In mein Regal. Ja! Oh ja, ich mach gar nichts. Euer Skrippel-Gewinner. Der erste in 2024. Get ready. Könnt ihr ein bisschen waschwammer schreiben, könnt ihr auch... Mann, Mann, was nimmst du denn? Ich hab schon wieder zwei Wörter, hab ich schon wieder gar keinen Bock drauf. Oh, mal noch kleiner da oben. Ja, warte, das ist ja... Das ist nur der Teaser. Du hast 60 Sekunden, magst du vielleicht... Guck mal, das ist der Teaser, aber wenn ich's richtig male, hab ich's sofort. Oh, yeah! Oh, yeah, ich bin so cool! Komm ich nicht drauf. Willst du lustig nehmen wir uns? Nein. Ach, Mann. Ah, wie se. Oh, das links ist Patrick und das rechts ist ein Stern. Aber das ist... Links ist ein Mensch und wie soll ich drauf kommen, dass es Patrick ist? Naja, das schließt sich aus dem Kontext. Ach so. Das ist eine Bohnenstange, das seh ich doch. Wer hat da so... Waaah! Waaah! Hat da so waa gemacht. Mann, waaah! Was auch fließt. Waaah! Waaah! Ich wüsste den Kniss ausmachen, damit ihr meine Schreie wieder um uns ins teilt. Oh, Heilige. Das war so wie... Dieser Waluigi oder so, der war einfach so... Waaah! 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 � presidentistange! Was soll das sein? Ähm. Ähm. Hä? Tauern! Hä? Was ist das? Hey! Das ist doch das was ich gesagt habe! Per word. Stromzauern, aber anders. Psssssss��t! Ahhh!! Es ist nicht der Zaun, es ist einfach nur der Stromschlag. Bam! Ja! Ja! Webs. Man hat auch sofort gemerkt, weil es zu böse guckt. Und Wespen sind böse. Genau. Wasser. Einfach jeder Eiswürfel schreibt. Ich habe mich vertippt. Ich vollidiot. Hä? Jedes Mal. Rollt ihr mich? Dafür kriege ich ja mal ein F in Mathe. Ach so, das andere F. Ihr seid halt alle einfach zu jung. Problem. Ach, oh man, oh man, oh man. Das ist ein viel dunkleres Blau. Krise. Ja, und das ist doch voll in der Mitte, oder nicht? Nicht so unten rechts am Rand. Ja, das war einfach ein schlechtes Blau. Es ist einfach ein schlechtes Blau gewesen. Du bist selber ein schlechtes Blau. Nein, ich bin ein super Blau. Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen zu wählen. Oh, hä? Hey, hört doch auf, alle Wörter mit drei, vier Buchstaben zu schreiben. Ihr schummelt ja. Sind schon alle weg jetzt. Er meilt ja noch gar nicht. Ihr seid richtige Tryhards. Boah, das ist diese Speech-Drecke in Mario Kart. Ah, gut, 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 gut. Hä? Ah. Was? Ich check's nicht. Oh, ich check's. Ach, Mann. Ein Kran. Was ein Kack. Ja, ja, ja. Hey! Ich habe Mühe gegeben. Ich hatte auch das Wort... Ich hatte auch das Wort Essiggurke, aber ich habe zu spät draufgekommen. Oh, Essiggurke wäre geil gewesen. Ich bock auf eine Essiggurke. Was ist denn das jetzt schon wieder? Warum wusste ich, dass es Bart zeichnet, bevor ich geguckt habe, wer es zeichnet? Und ihr habt gesagt, ich zeichne langsam. Was heißt hier langsam? Vielleicht erkennt ihr so nicht das immer. Oh. Nee, gar nicht. Was war das? Hä? Kommt noch was? Ja, also das könnte man nehmen. Ansonsten... Kleine Feuer. Also Kontext dazu ist so... Eine Kackwurst. Wenn mein Kopf brennt, wenn Bart malt. Ach, wie heißt das? Wie heißt das? Ach so! Ja, let's go! Wie stimmt man das? Oh, Mann! Alter, das war gut. Das war wichtig. Da wäre ich im Leben nicht draufgekommen, Alter. Puh! Mir reicht es immer, wenn eine Person das erkennt. Aber mal doch einfach die Flagge dazu, Bart! Die französische Flagge hätte ich malen können, aber ich wusste nicht, wie die aussieht, weißt du? Oder einfach so ein Typ. Ein Typ. Ich weiß es. Hehehehe! Boah, ihr... Warum... Ah, so schnell alle! Krise! Ja, ich war auch mal schnell! Hehehe! Wir sind hier in der größten Triad Lobby überhaupt, Leute! Ich sag euch mal, das ist wirklich krass! Geweilt wurde! Nein! Wasser! Doch! Mann, sauer bin ich! Nein! Das ist ein Finger! Bist du gut dabei? Fild! Äh... Fisch! Boah, das sieht schmerzhaft aus irgendwie! Mann! Junge! Ich rieche hier auch meine Zeichnung hier! Was kannst du am Ende machen? Was ich nicht sehe! Eine Zigarre! Was ist das? Es wird nicht besser tatsächlich! Ich fand es vorher besser! Ah! Was soll das sein? Ah, ach so! Schoki! Ach so! Aua! Anal! Anal! Irgendwann ein Pflaster! Alter! Das ist ein Pflaster! Ich hab gedacht, was schiebt der sich da rein? Hahaha! Jesus Christ! Oh! Moin! Kommt er vor wieder? Hier! Ah, das ist flässig! Ja, ist dieses Pflanzen-Pokémon nochmal, das aussieht wie so eine Pflanze, die so ein... Knopfenser! Wie? Knopfenser! Warum meinst du mal die Punkte und... Ja, Bruder! Ich muss doch auch erstmal... Das ist schwierig, was ich hier... Was ich hier zeichne! Oh! Ich weiß es! Hey! Oh Mann! Hey, warum wisst ihr das schon wieder? Oh Mann! Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr da immer dann wisst, was es ist! Die Farbgebung ist voll nicht falsch! Ach so! Also die Farbgebung ist falsch! Das ist falsch! Schon am Fleischsack saugen, ja! Ich will nicht mal den Kopfwärdig malz! Malz aber zwei Augen und den Mund! Mann! Halt doch deinen Maul! Ganz ehrlich! Zeichne du doch mal einen Dudelsack! Du scheitest schon am Pflaster! Du Loser! Das war super, mein Pflaster! Man erkannt! Scheiße! Ach, das ist das schon wieder, Mann! Du nimmst halt echt immer so die richtigen Scheiße! Es ist einfach... Okay! Das ist das schon wieder, Mann! Zum Geier wird auch sein! 38 Buchstaben! Das nehm ich! Ja klar! Ich weiß genau, was es ist! Mach weiter! Pfeil! Plus! Ich weiß ja nicht mal das Erste, Bruder! Ich weiß ja nicht, was das sein soll! Ganz ehrlich! Bro! Also wirklich! Ganz ehrlich! Arm-Tulpen-Dreher! Das ist ja wirklich so bad, Bart! Die machen mich einfach richtig sauer! Das ist wirklich... Frühlingsrolle?! Das ist ja sogar falsch rum, Bart! Mann, Bart aus! Böse Bart! Das war vollkommen richtig! Oben ist Frühling! Schließt doch von oben nach unten! Jesus Christ! Endlich mal ein richtiges Gesicht hier! Du bist ein Hater! Ja, bin ich auch! Besser wird es nicht mehr tatsächlich! Ich bin viel besser als ihr alle! So viel besser! Okay, okay, okay! Ich weiß nicht was das ist! Ich komm nicht drauf! Na! Hä, Bart? Hä, Lumi? König! 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 Das ist ja aber ultraschwertes Wort! Ich kann es nicht mehr! Schnell! Maus! Wand! Blau! Ihr seid so ne Scheiharts! Ah! Ich kann nie mehr! Schaap! Oh, Herr Tuni, da bin ich immer da... Hä? Das... Da bin ich auf einer Wellenlänge gerade! Oh, what? What? Oh, da war ich ein bisschen langsam! Ja, ich war noch gar nicht fertig! Hä? Oh mein Gott, ich hab einen Run! Mann, ihr seid alle solche Tryharts! Oh mein Gott, ich hab einen Run! Oh mein Gott, ich hab einen Run! Holy Shit, Alter! Das krieg ich! Wir können kein Children mehr spielen, Leute! Wir nehmen das alle zu ernst! Wir müssen das mal ein bisschen chillen! Sagst du! Oh mein Gott! Warum hat Bart von allen Leuten am meisten Punkte? Bei dem rafft man immer gar nicht, was du zeichnen! Wer mag denn ein Eisberggrau? Das Wasser war blau! Und hab ja nicht weiß, was soll das denn? Also, ich muss jetzt auch mal laut was sagen, damit es wichtig klingt! Alle haben seine Arten, Bart! Du bist einfach ein bisschen langsam! Siehst einen! Nein! Okay! Philipp! Was hast du denn mit dem Spiel? Laktoseintoleranz nehmen können, wenn ich Bart gewesen wäre! Mann, das wär geil gewesen! Nee, das wär gar nicht geil gewesen! Das ist ein Nachttopf! Das kenn ich! Oh, Mann! Blask! Mann, das ist mein Run unterbrochen! Ich muss wählen! Ich geh kurz nach der Aufgabe wieder! Dann haben wir das erste Auge fertig! Ich bin schön, wie wir uns alle gegenseitig flammen! Oh! Oh, ein Auge haben wir schon! Gesicht! Das war's einfach! Das ist stark! Das war aber auch stark gezeichnet! Das war richtig kacke aus! Nee! Da kommt mal ein Incent drauf! Das war awesome! Das ist so das Gegenteil von Bart! Okay! Tuni, warum? Was ist das? Das ist ein Porsche! Wir reden ganz viel, Tuni! Das machst du super! Tolle rote Linie! Ah! 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 Wie heißt das noch? Lightning McQueen! Kitschao! Kitschao! Bart, wie heißt das? Bei dem Game hinzustellen, gibt einem so viel mehr Energie! Das Gamechanger ist das! Äh! Hast du ja recht! Okay! Junge! Das ist Übel satisfying, mir zuzugucken, wie die Linie langsam kommt! Ja, ich muss es vorbereiten, leider! Junge, ich bin so slau! Ich bin so slau! So slau! Oh mein Gott, ich hatte es schon, aber ah. Ich habe so den Toni gewusst. Nachtlicht? Meinst du denn einen Wecker und so ein... Ach, das ist doch scheiße. Das ist kein Wecker, das ist eine Steckdose. Ich hatte früher als Kind, da hat man immer einfach so eine Lampe, die man in die Steckdose steckt oder nicht. Ich hatte immer so einen Globus, der geleuchtet hat. Das war so ein Bayern-Ding. Ist das gleich vorbei, ne? Ja, ist das gleich vorbei. Ich kann auch nie mehr. Und was wird das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe alles eingegeben, was ich weiß. Ich kenne mich nie aus mit Brot. Ich hasse Brot. Wie kann man Brot hassen, Toni? Ich habe keine Ahnung, Brot zackt. Deine Deutschlandkarte wurde revoked. Nee, Brot ist das Beste. Nee, Brot ist wirklich das Beste. Mann, ihr seid alle scheiße, wenn ihr Brot hast. Filly, ich bin bei dir. Ich... ...hasse... ...dieses Spiel. Das ist doch... ...oh mein Gott! O mein Gott! O mein Gott! Das smarteste Spiel, was es jemals gab. Gar nichts mitgedacht. Hä? Hä? Achso! Wie schreibt man den Bastard? Machst du da? Warte mal ab hier. Warte mal ab. Hautkeks. Oh, scheiße. Was ist denn dein Hautkeks? Hautkeks. Achso, na klar. Was weißt du da? Philipp. 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 Es wird schlimmer. Bro! Ja, das ist doch... Hä? Also ihr seid mit Super schon richtig. Gebe ich euch mal als Tipp, weil Philipp nicht nachfällt. Ja, klar, aber dann... Super kraft. Super cringe. Super cringe. Oh mein Gott. Super cringe. Okay. Das ist bestimmt irgendwie so der Name von irgendeinem Baum. Super kraft. Super Baum. Super Baum. Ja, warum ist es denn der jetzt rot? Hä? Oh, ich weiß es! Hä? Oh, der Pidoshi! Oh, der Pidoshi! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Achso! Oh mein Gott. Windschutzscheibe. Es kommt alles zusammen. Windschutzscheibe in Notre Dame. Juche. Was soll das sein? Philipp, du kannst das. Philipp, du kannst das. Das ist kein Baumbrand. Ob nicht! Ich war mir so sehr, das wäre ein Picknick. Hast du deine Autos immer rot? Naja, ist nichts für die Farbe. Die Autometer. Die Autometer. Früher hat mein Autos, glaube ich, immer rot gemacht. Und Ball? Ja, Bart hat einfach gewonnen. Ah, Bart hat mich besiegt. Warum sehen alle Sieger immer so unglücklich aus? Das wäre schon sauer. Das wäre unglücklich. Ja. Oh Mann, eher. Lebengewinn. Keine Ahnung, Leute. shots Murder. Fotografietitel messed we keys. kaikotabol. Tja, was sie ver تھ堆. bowl. 2000 bonspa.